Frau Gröning sagte uns, als sie von Paris zurückkam, dass Herr Gröning gestorben war. Wir waren alle sehr erschüttert und erstaunt. Wir werden ihn ja kurz vorher noch gesehen. Sie zeigte uns eine Urne und so haben wir es erfahren. Wie gesagt, Weihnachten waren wir noch zusammen. Wir wussten zwar, er ist krank, aber nicht so krank. Es hat uns alle dann sehr erschüttert, dass es so schnell ging. Und im Januar starb er ja dann. Er sah das nur als einen Übergang. Er sagte immer, ich bin nicht weg, wenn ich mal nicht mehr körperlich auf dieser Erde bin. Ich bin immer noch da. Das war seine Überzeugung.